Minisambi hinter dir! Minisambi hinter dir! Ja, ich weiß, hab grad schon gemerkt. Alter, der hält aber viel aus. So, machen wir es noch so. Kann aber nix raussohlen. Ah... Willi. Hehehehe. Willi nicht... Aber man konnte doch immer da was raussohlen. Normalerweise kannst du auch aus denen raussohlen. Ja klar, eigentlich schon. Oder liegt das an der Flüssigkeit? Nein, die kannst du in einem Mann... Alter, haben die den Türfen geschlagen. Was ist los mit euch hier? Hau mal ab hier! Mal verschwinden, tschüss. Ich guck mal gerade, oder kann man das nur mit... Ne. So. Automatisieren? Nein, kann ich nicht. Muss genau die Mischung drin sein. Oh, scheiße. Ui, Climb. Nicht Quick Climb. Falsches Lime genommen, oder was? Nein. Quick Climb. Also geht auf jeden Fall nur in Bottles, aber... Alter Zombie, halt da einfach mal die Fresse da draußen. Was ist denn mit dir los? Wenn meine Rechnung nicht bezahlen wird, dann ist das nicht mein Problem. Du kannst das nur mit Flaschen rausfallen. Ne. Probier das mal. Komm mal her, komm mal her. Probier mal grad was aus. Ich stehe mal eben abbauen hier. Machen wir da mal oben einen raus. Tschüss. So. Ähm. Machen wir mal... Hier hin. Wir passen hier 16 Millibuckets rein. Jetzt hol ich mir mal irgendwo Glasflaschen her. Pff. Ey, das ist... Einfach zu übertrieben, dieser Mod. Mh. Wenn da nicht richtig times, dann ist alles für die Katz... Für die Mietz-Guts ist dann das. Wenn das ja. So, lass dir das bitte mit. Wheelie, warum geht das nicht? Das ist komisch. Bei normalen kannst du das nämlich rausholen. Okay, Flaschen löschen. Mh. Jetzt hab ich einen Arsch gerade. Jetzt hab ich einen Tank. Voller Quick Slime. Aber ich krieg das da nicht raus. Kannst du das nicht nochmal woanders reinfüllen, dass du das abzapfen kannst? Ja. Ich probier das jetzt gerade mal provisorisch. Hier rein zu zapfen. Und du es da reinpumpst, ne? Ja. Ähm. Inventar, Inventar. Ich krieg ein Rappel. Fluidackpfeil. Ist bestimmt da nebenan. Lever. Lever ist da schon. Okay. Wollen wir mal drehen? Dreh mal. Okay. Das müsste ja eigentlich gehen. Wir müssen natürlich warten, bis dann erstmal ein Bucket drin ist. Oh, warte mal. Bevor das ist doch zu viel, wird mal hier nur ein. Sicher ist sicher. Geht nicht. Ach komm, nicht ernsthaft, oder? Ähm. Mach ähm. B-b-b-b. Oh, Zombie. Will der nächste seine Rechnung nicht bezahlen, aber schwer dich woanders. Dann ist es komisch, dass das nicht funktioniert. Keine Zeit, hab ich gesagt. Tschüss. Blech, blech, blech. Jaaa. Keine Zeit. Okay. Auch du hast Zeit. Nein, ich muss grad was los für den Cobblestone. Nicht Cento schlagen. Ja. Anziehen und geht. Anziehen und geht rücken. Cento soll ich dich auch mal wirklich schlagen? Weil du machst dich unsichtbar und haust mich und ich darf dich nicht hauen, oder was? Äh, ja. Voll gut verstanden. Bin ich jetzt auch unsichtbar? Wieso nimmst du eigentlich trotzdem so viel Schaden? Schatz zu wussten. Also drück mal K. Drück mal K. Ja. Und dann, ähm, drück mal G. Dann, ähm. Ja ne, ich muss erst New machen. G. Ja, New. Dann New. Ähm. Und dann das Ding draufziehen, die's runde, ne? Ja, genau. Okay. Und dann, G drücken. Wenn du da rauskommst. Ne. Zeigen. Jetzt bist du unsichtbar. Jaaa. Ein schönes Schwert. Aua. Äh. Toll, jetzt bin ich Camouflage. Ey, wie krieg ich das Zeug jetzt daraus mal ganz ernsthaft? Frag mich grad nicht. Oh, warte mal, dann muss ich das. Mach's denn im Blick. Mach's denn im Blick. Aber mit Barries kannst du's nicht rauswählen. Was ist los, Centos? Was bin ich denn? Was ist das denn? Dass du keinen Hunger mehr hast. Okay, hab ich grad bekommen von dir. Okay. Ja, du Spacken. Wie viel passt denn so in so'n... Alter, was lebe ich die ganze Zeit auf hier? Wollt ihr mich verarschen? Zendus, nehm mal... Oh, Zendus, nehm mal bitte die Eimer da raus. Im zweiten Ding. Wieso? Das geht nicht. Ne? Nein. Hab ich schon rausgewählt. Hey, gib mir die Eimer wieder. Hä, die sind da drunter. Ich hab grad draußen. Ne, sind sie nicht. Die sind... Dann hier. Tschüss. Wie sammle ich... Hast du's aufgesammelt? Oh... Das Ding macht mich voll verrückt hier. Na ja gut. Das macht einen richtig aggro, dieses Ding hier. Schiert. Und Black hat echt wieder nix besseres zu tun, als jeden zu nerven. Nö, mich nervt er nicht so viel. Ich mag Black. Deswegen ist das nicht so schlimm. Ich darf er ruhig nerven. Ich darf er ruhig nerven. Und die Audienz. Ja, dann pumpt er es mal zurück, bitte. Ach, Menno. Ich dachte, das wär jetzt so gut gewesen hier mit dem Tank. Ja. Naja. Anscheinend wohl doch nicht. Ne. Anscheinend wohl doch nicht. Gefällt mir jetzt gar nicht. Man kann's ja nicht wissen, ne? Ne. Ich hab's ja auch in ner... ähm... Testfeld hab ich's auch nur mit diesen Bottles gemacht. Und damit ging das? Ja, das ging damit. Aber wahrscheinlich auch nur direkt da raus, ne? Ja. Man kann Dwamm herstellen, aber wo füllt er das hin? Fluid Register. Das ist doch ein Tank. Das ist doch ein fetter Tank. Ein Eisentank. Aus dem Fluid Register. Das weiß ich. Sind hier nicht die normalen Eisentanks auch bei? Mhm. Die sind hier auch bei. Ich will nicht erlegen, die auch mal eben herzustellen, aber kosten natürlich auch immer so schweine viel Zeug. Na klar. Mhm. Du musst erst mal Inventarplatz schaffen hier. Früh Duck Pipes. 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 Des. Das war weg hier. Fluid Duck Pipes. Hebel. Ne, die hab ich glaub hier im Rucksack. Ventus. Ja. Warum hast du vielleicht deine Solar Generator zugebaut? Hab ich gar nicht. Doch. Das Holz hast du mir eben gezeigt. Hä? Ich hab sie mir so gezeigt. Ja. Vielleicht hast du die zugebaut. Was? Deine Solar Generator oben. Nein. Ja, ja. Das Holz hast du mir eben gezeigt. Centus. Ja, ja. Mir auch. Der war das vielleicht. Der war das vielleicht. Der war das vielleicht. Und Black wahrscheinlich. Ne, ne. Du hast mir eben das Dark Road gezeigt. Hab's dir gezeigt aber. Ja, ja. Ja, Centus. Jetzt hast du ne Arschkarte, Centus. Hab's dir nur gezeigt. Ich sollte dir was sagen. Du gestehst das. Ja, dann gestehe ich auch etwas. Äh, fehlt dir so ein bisschen so fast zwei Stacks ähm. Great Wood. Ich weiß, dass du mir alles glaubst, du Affe. Aber egal. Aus deinem Backpack. Fehlt ja so ein bisschen, oder? Ach. Aus deinem Backpack direkt. Das ist mir egal. Ich bin dein Master Dieb, Alter. Alter, wo kommen die jetzt so Knochen her? Geh, lass jetzt das. Das ist mir egal. Alles, was ich brauche, hab ich in einem anderen Backbran, du Affe. Ja, Meister Dieb. Und ich weiß, dass man da rankommt, weil deswegen hab ich die Diamanten auch nicht da reingetan, du Affe. Ich bin mit Diamanten. Es gibt andere Sachen. Ja, Diamanten sind immer unwichtig. Achso, ich könnte noch ein paar Tanks erstellen. Sollange der hier noch am Machen ist. Und dass du hier so ein bisschen klaust, das ist doch normal, Black. Ja. Soll ich das Zeug verarschen, oder was? Ja. Ja, Transposer. Ja, Transposer. Muss ich das in den Transposer reinpacken? Mann. Äh, Leak. Oh Mann. Haben wir ein Liquid Transposer schon irgendwo stehen? Ja, oben. Ja.